Die Geschichte spielt damit, dass Yotsuya gegen einige seltsam aussehende Kreaturen kämpft, die für sein Überleben wichtig sind. Während er kämpft, verurteilt er die Stadt und sagt, dass er das traurige Land seiner jetzigen Stadt Tokio vorzieht. Zurück im Klassenzimmer wird Hakosaki, ein mysteriöses Mädchen, das fast jeden Tag zum Sport abwesend ist, von dem Gerücht geplagt, dass sie an einer seltsamen Krankheit leide. Shindo-Sen, jedermanns Traum, ein süßes, sportliches Mädchen mit guten Noten, steht ihr plötzlich nahe. Während Yotsuya das Brett reinigt, wird er misstrauisch, als er Shindo-Sen und Hakosaki zusammensieht. Er fragt sich, wie die beiden sich so nahe gekommen sind. Schon nach kurzer Zeit scheinen sie sich überhaupt nicht zu kennen. Plötzlich, als er die Tafel säuberte, tauchte eine Menge Schrift auf, und bevor er wusste, was los war, wurde er in ein fremdes Land versetzt. Er sieht seltsame Kreaturen und rennt weg. Dann sieht er Shindo-Sen und Hakosaki und versucht sie zu fragen, was los war, doch aus dem Nichts taucht ein Mann mit einem halben Kopf auf. Er erklärt sich selbst zum Spielleiter. Er gibt Yotsuya eine Quest ins Verderben und fragt sich, was passiert ist. Shindo-Sen und Hakosaki erklärten ihm die Situation so gut sie konnten und brachten ihm die Grundlagen bei, wie zum Beispiel den Zugang zu seinen Waffen. Allerdings ist er immer noch sprachlos und überrascht über alles. In diesem Moment tauchen einige Kobolde auf und bekämpfen sie. Während er gegen einen Kobold kämpft, wird ihm klar, dass er in 30 Sekunden sterben und wiederbelebt werden könnte. Darüber hinaus bemerkt er, dass er im fremden Land und auch in der realen Welt stirbt, wenn er nicht wiederbelebt werden kann. Ihm wurde eine kurze Geschichte darüber erzählt, wie sie sich im Land befanden. Anscheinend waren sie vorher Fremde. Dann erhielten sie Quests, um Freunde zu werden. Als Neuling erhält er die Möglichkeit, am Rad zu drehen, um seine Kräfte als Held zu bestimmen. Während er davon ausgeht, ein sehr mächtiger Krieger zu sein, ist er schockiert, als er sieht, dass er ein Bauer ohne vernünftige Waffen ist. An diesem Punkt fragt Yotsuya sie, wie hoch die Belohnung für die Erfüllung der Aufgabe sei. Als Antwort verraten sie ihm, dass er die Gelegenheit bekommen wird, dem Spielleiter einige Fragen zu stellen. Als er das hört, ärgert er sich über die Tatsache, dass ihre einzige Entschädigung, nachdem sie um sein Überleben gekämpft haben, darin besteht, eine Frage zu stellen. Hakusaki und Shindo-Sen erzählen ihm, dass sie den Spielleiter gefragt haben, warum sie ausgewählt wurden und wer die Leute waren, die sie ausgewählt haben. Die Antwort war, dass die Menschen, die sie ausgewählt hatten, aus der Zukunft stammten. Während sie reden, kommt eine andere Kreatur und alle versuchen, dagegen anzukämpfen. Hier wurde festgestellt, dass Hakusaki an einer Erkrankung litt, die dazu führte, dass ihre Knochen immer schwach waren und sie ihre Waffen nicht gut halten konnte. Weil Yotsuya versuchte zu verstehen, warum sie im Kampf nicht ihr Schwert benutzte, versuchten sie alle, sich durchzukämpfen. Leider wurde Shindo-Sen gefressen und ihr der Kopf vom Körper gerissen. Sie konnte nicht wie üblich wiederbelebt werden, da sie sich im Bauch der Kreatur befand und daher in der Hitze des Gefechts feststeckte. Hakusakis Hand wurde ebenfalls abgebissen, aber sie heilte nicht. Yotsuya hatte schreckliche Angst und suchte nach allen Mitteln, um aufzusteigen, denn was ihm durch den Kopf ging, war die Tatsache, dass sie, wenn sie in diesem seltsamen Land sterben würden, auch in der realen Welt sterben würden. Er rennt zum Dorf und zieht Hakusaki mit sich, während er sich mit dem Dorfforsteher trifft. Auf ihrem Weg dorthin wurden sie als Helden gefeiert. Sie treffen sich mit dem Dorfforsteher. Er stellt sich vor und gibt ihnen den Auftrag, eine seltsame Kreatur zu töten, vor der er geflohen ist und die sein Volk tötet. Yotsuya wusste, dass es ein Problem geben würde. Er musste seine Angst akzeptieren, denn er dachte an Shindo-Sen, die immer noch in ihrem Bauch steckte. Yotsuya beginnt zu laufen und Hakusaki versucht ihn aufzuhalten. Dann sagt er ihr, dass er nichts tun kann, um dieses Ding zu bekämpfen, und dass er der Einzige wäre, der noch durch diese Hölle gehen würde, wenn sie alle sterben würden. Hakusaki fragt dann, wohin er gehe und als Antwort, während er weggeht, sagt er, dass er einen höheren Rang erreichen wird. Als Yotsuya wegging, überlegte er zufällig, was er tun könnte, um seinen Rang zu erhöhen, um Shindo-Sen und Hakusaki retten zu können. Auf diese Weise werden sie wieder zum Leben erweckt, solange Hakusaki lebt. Allerdings schienen sie und die Verletzten nicht so zu heilen, wie er es erwartet hatte. Er beginnt darüber nachzudenken, was genauer tun muss. Dann kam ihm die Idee, so viele Kobolde wie möglich zu töten, und er geht in einen Wald, sieht viele von ihnen und beginnt, sie zu töten. Er vermisst jedoch eines und ärgert sich darüber. Außerdem versucht er, es zu finden, damit er es ein für alle Mal töten kann. Während er das tut, spürt er, dass Hakusaki in Gefahr ist und rennt los, um nach ihr zu suchen, kann sie aber scheinbar auch nirgendwo finden, weil der ganze Ort spärlich ist. Während er rennt, erkennt er, dass die seltsam aussehende Kreatur Takusaki angegriffen hat. Er versucht, ihn zu entkommen erkennt aber, dass er alle Dorfbewohner im Königreich getötet hat. Als er das erkennt, lässt er sich Zeit und versucht zu verstehen, warum Hakusaki getan hat, was sie getan hat. In diesem Moment enthüllt eine Rückblende, in der sie Shindo Sen ihren Zukunftsplan erzählt. Anscheinend sollte sie an einer pharmazeutischen Schule studieren. Außerdem erklärt sie, dass sie an einer Krankheit leidet, die ihre Knochen schwächt, und dass sie nicht in der Lage ist, Gegenstände zu heben. Es stellt sich heraus, dass ihre Eltern zwei Kinder zur Welt bringen wollten, aber aufgrund ihrer Krankheit beschlossen hatten, sich um sie zu kümmern. An diesem Punkt ist sie entschlossen, gegen die seltsam aussehende Kreatur zu kämpfen, angesichts der Tatsache, dass sie ihr ganzes Leben lang beschützt wurde. Im Bruchteil einer Sekunde beschloss sie, sich selbst zu opfern. Yotsuya findet schließlich Hakusaki und sieht dann, dass sie getötet wurde und die Anzahl der Kobolde, die er töten sollte, um einen Kobold geringer war als die tatsächliche Anzahl, um ihn in den Rang zu bringen. Kurz darauf sieht er den, den er verpasst hatte, der aber verletzt war. Dadurch kann er alles, was in ihm steckt, einsetzen, um den Kobold zu töten. Nachdem er den Kobold getötet hat, stellt er fest, dass er einen etwas höheren Rang hat und dass dies mehr Waffen für ihn bedeutet. Obwohl er enttäuscht war, als er herausfand, dass sein Rang nur vom Bauern zum Koch wechselte, verschafften ihm die Kräfte des Kochs die Fähigkeit, durch seine dicke Haut zu sehen. Das bedeutet, dass er alle inneren Teile des Körpers des Lebewesens sehen kann. Dadurch konnte er genau wissen, in welche Teile er das Messer stecken musste, um jedes Lebewesen, dem er gegenübersteht, zu schwächen. Er sticht der Kreatur in den Bauch, wodurch sie Schmerzen verspürt, und schlägt sie dann gleichzeitig. So können Shindo-Sen und Hakusaki lebend herauskommen, da die 30 Sekunden, die sie benötigt hatten, um wieder zum Leben zu erwachen, verstrichen waren. Nachdem sie wiederbelebt wurden, schlossen sich die drei zusammen, um dagegen zu kämpfen, aber Yozoya entwickelte einen Plan, der helfen würde, es schneller zu töten. Aufgrund des Gewichts dieser Kreatur fingen sie alle an zu springen. Während er sprang, spürte er den Aufprall. Der Schmerz war so grell, da die Kreatur zufällig aus der Stichwunde in ihrem Bauch blutete, was dazu führte, dass sie schwach wurde und fiel. Dies gab Shindo-Sen die Möglichkeit, mit ihrem Stab den Kopf der Kreatur zu durchbohren und sie zu töten. Die Aufgabe, die Kreatur zu töten, wurde erfüllt, also belohnt der Spielleiter sie, indem er sie in die reale Welt zurückschickt. Und sie sind alle glücklich, da sie ihr normales Leben führen können. Noch immer in dieser seltsamen Welt sieht Yozoya ein grünes Licht auf dem Boden und ist gleichzeitig neugierig, was es ist. Ihm wird gesagt, dass es sich um einen Lockpoint handelt, eine Art Speicherschoner in der Spielwelt. Anscheinend ist dies eine Erinnerung an Hakosakis und Shindo-Sans erste erfolgreiche Tötung eines Tieres im Wald. Während er zuschaut, gerät Shindo-Sen in Verlegenheit und fordert Yozoya auf, mit dem Anschauen aufzuhören. Zurück in der realen Welt wird Shindo-Sen neugierig auf Yozoyas wahre Persönlichkeit. Sie fragt eine Freundin, die zufällig mit ihm die gleiche Grundschule besucht hat, was sie über ihn denkt, aber sie scheint nichts zu sagen zu haben, da Yozoya eigentlich nie mit jemandem gesprochen hat. Danach ist Shindo-Sen weiterhin begeistert, einen Mann mit einer unbekannten Persönlichkeit wie ihn in ihrem Kreis zu haben. Währenddessen rennt Yozoya in dieser Nacht durch die Stadt. Dabei wird er an ihr scheinbar letztes Ziel erinnert, nämlich den Schutz der Stadt Tokio. Obwohl er sich fragt, warum er ausgewählt wurde, da er die Stadt offensichtlich so sehr hasste. Während er auf der Flucht ist, erhält er einen Anruf vom Spielleiter mit einer neuen Mission für ihn. Die neue Mission erfordert, dass er ein vom Spielleiter bestimmtes Mädchen angreift. Den Anweisungen des Spielleiters folgend wird er zur Mädchentoilette einer Schule geleitet. Bevor er eintritt, fragt er sich, warum der Spielleiter möchte, dass er so spät in der Nacht ein Mädchen auf die Mädchentoilette bittet. Als er einsteigt, sieht er drei Mädchen, die versuchen, ein Foto von einer anderen ohne ihre Kleidung zu machen. Während er sich fragt, welches der Mädchen der Spielleiter ihn gebeten hat, mit ihm auszugehen, wird ihm mitgeteilt, dass es sich tatsächlich um das Mädchen handelt, dessen Foto aufgenommen werden soll. Zunächst versucht er, die Tatsache zu verarbeiten, dass er ein Mädchen zum ersten Mal um ein Date bittet, während sie gemobbt wird. In diesem Moment verspürt er ein Gefühl der Verantwortung gegenüber dem Mädchen und möchte ihr helfen. Er nimmt das Telefon eines der Tyrannen und zerbricht es in zwei Teile. Er tut dies und denkt, dass dies eine großartige Möglichkeit wäre, sie für sich zu gewinnen. Allerdings scheint er mit nur einem der Telefone der Mädchen noch nicht fertig zu sein. Stattdessen macht er dasselbe mit den anderen beiden Mädchen, in der Annahme, dass sie möglicherweise unerwünschte Bilder seiner zukünftigen Freundin haben. Erschrocken rennen die Mädchen hinaus und drohen damit, die Polizei zu rufen. Allerdings scheint Yotsuya nicht so sehr darüber besorgt zu sein, sondern eher über Takitate Yuka, seine zukünftige Freundin. Takitate Yuka hingegen scheint sich nicht wohl dabei zu fühlen, ihn in ihrer Nähe zu haben, da sie ihn für einen Perversen hält. Am nächsten Tag wird Yotsuya erneut in die Spielwelt transportiert. Überraschenderweise sieht er dort Takitate. Nach der kurzen Einführung durch den halbgesichtigen Spielleiter wird das Rad der Macht gedreht und Takitate erhält die Macht des Hitzezauberers. Dann wird ihnen eine neue Quest angeboten, in der sie innerhalb von 40 Tagen Waren nach Radobo liefern müssen. Während sie wissen wollen, welche Waren sie liefern sollen, verschwindet der Spielleiter und sie haben keine Antwort. Nachdem der Spielleiter weg ist, versucht Yotsuya, mit Takitate befreundet zu sein, aber sie beschuldigt ihn, sie entführt zu haben, und nennt ihn einen Perversen, weil er ihr in dieser Nacht den ganzen Weg nach Hause gefolgt ist. Als sie den anderen Mädchen alles erklärt, was passiert ist, sehen sie Yotsuya ebenfalls als Perversen. Unterwegs werden sie von einem toten Käfer angegriffen, der tödliche Tausendfüßler auf sie schießt. Dem Dämonenkäfer gelingt es, Yotsuya und Shindo-Sen zu töten. Als Takitate sie tot sieht, ist sie besonders motiviert, sich zu behaupten und zu kämpfen. Sie erzählt, dass es ihr Traum war, ein magischer Held zu sein. Leider dauert dieser Traum nicht lange, da ihr Zauberstab versagt und sie vom tödlichen Tausendfüßler getötet wird. Zu diesem Zeitpunkt wird Yotsuya vom Tod wiederbelebt. Dieses Mal geht er kein Risiko ein und beschließt, mit allem, was er hat, gegen das Monster anzutreten. Er lässt zu, dass das Monster auf ihn zustürmt, springt in die Luft und landet dabei einen blinden Fleck auf dem Körper des Monsters. In diesem Moment schneidet er dem Monster die Beine ab, so dass es sich nicht mehr bewegen kann. Um den letzten Schlag auszuführen, sucht er die Hilfe von Hakosakis Schwert, um das Monster zu töten, da er selbst nicht in der Lage ist, das Schwert zu führen. Er ergreift ihre Hände und erlaubt ihr, es zu tun. Später in dieser Nacht, während sie schläft, wird Shindo-Sen von Erinnerungen an ihre Kindheit heimgesucht. Es zeigt, dass sie nicht immer das fröhliche und liebevolle Mädchen war, das sie derzeit ist. Als sie aufwacht, möchte Yotsuya wissen, welche Erinnerungen er zuvor am Lockpoint gesehen hatte. Als sie das hört, platzt sie mit der Tatsache heraus, dass sie ihn nicht für einen aufmerksamen Menschen hielt. Dann fleht sie ihn schockierend an, ihr zu helfen. Shindo-Sen erzählt Yotsuya die Geschichte ihrer harten Kindheit. Sie erzählt ihm, dass sie immer als das »böse Mädchen«, der Gegend bezeichnet wurde, sich aber verändert habe, als sie ein älteres Mädchen traf, das schließlich Selbstmord beging, weil es wiederholt gemobbt wurde. Anscheinend hatte dieses ältere Mädchen niemanden, mit dem sie darüber reden konnte. Shindo-Sen hingegen hatte dasselbe durchgemacht, als sie in die Grundschule kam, und musste es mit Hilfe ihrer Freunde, die ihr immer zur Seite standen, ertragen. Sie erzählt jedoch, dass sie das gleiche Gefühl hatte, als sie in die Spielwelt einstieg. Da sie zu diesem Zeitpunkt die einzige Heldin war, hatte ihr der Spielleiter die gleiche Regel gegeben, die besagte, dass, wenn alle Spieler im Spiel sterben würden, sie alle in der realen Welt tot wären. Allerdings war sie zu dieser Zeit die einzige Spielerin und als sie Hakosaki traf, hatte sie endlich eine Begleiterin. Außerdem fleht sie Yotsuya an, sie nicht in dieser Müllwelt sterben zu lassen, in der sie sich befinden. Noch immer auf ihrer Suche erreichen Yotsuya und die anderen das Dorf, das sie zuvor vor dem Troll gerettet haben. Sie stellen jedoch fest, dass es ruiniert ist und niemand da ist. Während sie versuchen herauszufinden, was passiert ist, trifft sie auf einen Mann, der sie als Helden erkennt. Er teilt ihnen mit, dass er seit fünf Jahren am Dorf vorbeikommt und niemanden in der Nähe gesehen hat. An diesem Punkt erkennt Yotsuya, dass die Zeit in der Spielwelt definitiv schneller vergeht als die Zeit in der realen Welt. Da sie in der Hoffnung in das Dorf gekommen waren, Informationen für ihre Suche zu sammeln, beschließen sie, den Mann zu fragen, ob er Radodoro kennt. Erschreckenderweise erfahren sie, dass sich Radha Dorbo am Rande des Kontinents befindet, meilenweit von ihrem derzeitigen Aufenthaltsort entfernt. Er teilt ihnen jedoch mit, dass sie mit Pferden in 30 Tagen dorthin gelangen könnten, zu Fuß jedoch dreimal so lange brauchen würden. Dadurch wird ihnen bewusst, dass ihnen eine unmögliche Aufgabe übertragen wurde. Unterdessen bittet Shindo Sen den Mann, ihnen sein Pferd für die Reise zu geben, aber er lehnt ab. Andererseits informiert er sie über ein bevorstehendes Kampfsportturnier in der nahegelegenen Stadt Kortenau, bei dem der Sieger mit drei Pferden belohnt wird. Nachdem der Mann gegangen ist, ist Yotsuya froh, dass sie nun die Möglichkeit haben, die Mission durchzuführen. Er drängt sie jedoch, durch den Wald zu gehen und aufzusteigen, um stark genug für das Turnier zu sein. Als Yotsuya an den Büschen vorbeigeht, bemerkt er eine plötzliche Bewegung und fordert sie auf, anzuhalten. In diesem Moment werden sie von menschlichen Banditen angegriffen. Yotsuya ist bereit, ihre Angreifer abzuwehren, und schneidet einen der Banditen nieder, was dazu führt, dass seine Erfahrungspunkte sinken. Dadurch wird ihnen klar, dass sie die Menschen nicht angreifen können und fliehen müssten. Shindo Sen bleibt jedoch zurück, um sie abzuwehren. Das Positive daran ist, dass Yotsuya, Takitate und Hakosaki sich in Sicherheit bringen, während Shindo Sen nirgendwo zu finden ist. Als die Mädchen dies erkennen, machen sie sich Sorgen und versuchen, zurückzugehen und sie zu retten. Yotsuya glaubt jedoch nicht, dass dies der beste Weg ist, sie zu retten. Stattdessen fordert er sie auf, mit ihnen die Quest abzuschließen, was auch der Fall wäre letztendlich alle retten. Als er sieht, dass die Mädchen darauf bestehen, Shindo Sen zu retten, kommt er zu dem Schluss, dass sie sich in zwei Gruppen aufgeteilt haben. Während die Mädchen Shindo Sen retten, nimmt er an einem Kampfsportturnier teil, um die Pferde zu bekommen, die sie brauchen. Kurz nachdem sie getrennte Wege gegangen sind, werden die Mädchen von den Banditen gefangen genommen. Währenddessen rückt Yotsuya auf das Turnier vor und tötet unterwegs einige Goblins, um eine höhere Stufe zu erreichen. Glücklicherweise bekommt er die Chance, das Rad der Macht noch einmal zu drehen, und dieses Mal erhält er die Macht einer Zaubererkreatur. Obwohl er feststellt, dass seine neuen Kräfte nicht das sind, was er will, hat er keine andere Wahl, als sich damit zufrieden zu geben. Bei dem Turnier muss Yotsuya gegen Kaval den Ritter kämpfen, der ihn in fünf Sekunden erledigt. Als er ins Leben zurückkehrt, stellt Kaval erfreut fest, dass er zurückgekehrt ist. Obwohl es ihm peinlich ist, dass er besiegt wurde, bittet Kaval sie um einen Gefallen und bittet darum, die Pferde für die Reise zu bekommen. Allerdings scheint es nicht so einfach zu sein, wie er gedacht hatte. Als guten Grund für sie, über sein Angebot nachzudenken, teilt er ihnen den Aufenthaltsort der Banditen mit, nach denen sie offenbar schon seit einiger Zeit suchen. Ihm wird jedoch gesagt, dass er bei einem erfolgreichen Überfall nur ein Pferd bekommen würde. Als er das hört, ist er erfreut, denn es ist ein Hoffnungsschimmer. Später in dieser Nacht führt Yotsuya Kaval und die Soldaten zum Banditenversteck und führt einen erfolgreichen Hinterhalt aus. Allerdings scheinen die Banditen einen Trick im Ärmel zu haben. Kurz vor ihrer Flucht lassen sie einen Berserker frei. Als Yotsuya den Berserker sieht, hat er Angst. An diesem Punkt zieht Kaval ihr Schwert, das Schwert der Vernichtung, und tritt gegen das Monster an. Unglücklicherweise erweist sich das Monster als Stärker, da es ihr das Schwert aus den Händen schlägt und sie unbewaffnet zurücklässt. Dies bietet die Gelegenheit, sie zu schlagen. Gerade noch rechtzeitig springt Yotsuya ein und blockt seinen Angriff ab. Dann nutzt er seine Überzeugungskraft, was dazu führt, dass der Berserker hinter sich schaut und sie ignoriert. Dies gibt ihm die Möglichkeit, den Berserker zu erstechen, sein Versuch verursacht jedoch keine Schmerzen und führt stattdessen zu seinem Tod. Dann springt Kaval auf und schneidet dem Monster mit einem Schwert den Kopf ab. Als Yotsuya aufwacht, geht er den Mädchen entgegen, die ihn dafür danken, dass er sie gerettet hat. Als er ihnen dann mitteilt, dass er das Turnier verloren hat, werden sie wütend. In diesem Moment bietet ihnen Kaval eine Lösung. Sie verlangt einen längeren Urlaub, damit sie mit den Pferden reisen und ihnen die Pferde geben kann, die sie so dringend brauchen. Sie stellt ihnen jedoch zwei Bedingungen. Erstens, dass sie ihr das einzige Pferd geben, das sie haben, und zweitens, dass sie ihr erlauben, es für ein